Häuauauh Due de DOO Due de de Due de Due de Wir kommen zurück zu UNDERTALE Wir sind da wo wir aufgehört haben und hier der etwa dem Schild der sagt Ich mache uns hier ein X an O Xs und Os Xs und y-a-o-s Zähra 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 PAPIRUS was wie konntest du meine falle und noch viel wichtiger ist da noch etwas für mich übrig was erzählst du papyrus ramses was auch immer hauptsache gibt es über seine spagetti hey man kann man es kurz mal durch wenn ihr zuges gegessen dann müssen theoretisch wissen dass ich es nicht habe weil ich war ja nicht essbar wenn ich sage um das klasse und denkt dass ich habe ja keine ahnung so gibt es echt wow niemand hat jemals meine meine kochkünste genossen okay dann fürchte dich nicht master koch papyrus ramses was auch immer hauptsache ägyptisch ich werde dir mehr pasta machen als du jemals essen kannst oder bist mir okay das heißt wir haben jetzt ein lebenslangen spaghettiforrat erreicht mein bruder hat gestartet eine socken collection gestartet vor kurzem wie traurig manchmal denken was würde er tun ohne einen ohne dass ein so ein cooler kerl wie ich auf ihn aufpasst gut dass wir das geklärt habe human oder mensch wie soll ich das sagen du hast so lange gebraucht bis du hier bist also habe ich entschieden mein puzzle zu verbessern indem ich mehr schnee angebracht habe so es sieht aus wie mein gesicht damit er aussieht wie mein gesicht das arsch gesicht leider ist der schnee gefroren am boden gefroren und jetzt ist die lösung anders und wie sonst immer mein fauler bruder ist nirgends ich denke was ich sage ist fürchte dich nicht mensch ich der große papyrus werde dieses konandrum bereinigen konundrum denn dann können wir weiter das konandrum in der zwischenzeit fühle dich frei das passen zu probieren also ich werde keine antworten preisgeben aber es ist etwas nicht gehen die ist die exe in den rote kreis zu tun ja genau so wie vorhin auch wenn er es war mir drauf die hauvermütigungen um immer so gut um jetzt oder es ist fast gehabt es war schon richtig du hast es gelöst und du hast nicht mal meine hilfe gebraucht unglaublich ich bin beeindruckt du musst wirklich du musst du musst wirklich puzzles mögen wie ich ich bin sicher du wirst deine liebe zu puzzles du wirst das nächste puzzle lieben du könntest sogar sagen es ist zu einfach irgendwie wünsche ich mir doch sens zurück hallo ja gute arbeit hast du gemacht beim lösen von dem puzzle so schnell du hast nicht einmal meine hilfe gebraucht was gut ist weil ich lieb es dass ich einfach gar nichts es ist der mensch du wirst dieses puzzle lieben es war designt bei der großen dr stahlfest äh siehst du diese felder wenn ich diesen spiel schon nicht diesen lieber betätigen sie bekommen dann bekommen sie farben mit jede farbe hat eine andere funktion rote felder sind nicht wir wollen nicht betreten du kannst nicht auf den wohnen wohnen gegen geld aber wohnen mit stücken alles verboten gelb ist ein elektrisch sie werden mich elektrisieren cool grün ist dann warmteils du hast du fight a monster cool orange sind orangen äh schriechend ahja äh sie werden mich du wirst auf kritisches riechen also blä und blaue sind wasser teile schrimmst durch wenn du magst aber wenn du noch orangen riechst werden piranien sich wegbeißen oh 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 also wenn das nächste blaue ist am gelben ist ist das wasser elektrisch ho ha purple ties ist slippery u side to the next time however the slippery soap smells like lemons which piranien sich do not like ok purple and blue are ok finally pink ties they don't do anything es steigt auf und du machst es wie war das ist er was kann denn was kann denn ja 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 großartig also dann ist hier noch eine letzte sache dieses puzzle ist vollkommen zufällig oh wenn ich den den hebel ziehe macht das puzzle sich selbst ein puzzle das noch nie jemand gesehen hat nicht einmal ich werde die Lösung wissen ja ja bereit oder mach dich bereit nein ok bitte geht kaputt einfach einfach kaputt gehen einfach einfach rote ist unpassierbar das heißt die kommt dann drüber oder oder doch das war es jetzt mhm hä 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 das ist das ist unpassierbar ja also in wirklichkeit äh die die spagetti von vorher äh die war jetzt nicht so schlecht für meinen äh er hat er hat mit dem kochen äh kochstunden angefangen und er hat sich schon sehr verbessert ja äh ich wette wenn er weiter macht damit dann kann er nächstes jahr sogar irgendwas essbares machen oh mein gott das ist passiert weil du dann doch so aufgepattet bist oh mein gott vielleicht hättest du das nicht tun sollen äh das ist schon schon schwer also ja in die zifre hallo kesti ein hund ist hier durch gewascht wie ist das ja er hat probiert einen schneehund zu bauen aber als er ihn gebaut hat ist er immer wieder zusammen äh er wurde immer aufgeregt nach über die Skulptur und äh sein sein Hals wurde immer länger und länger und er hat mehr Schnee dazugepackt bis es war traurig anzusehen gut dass wir das geklärt haben du hast dein Hund im Prinzip glücklich und im Prinzip traurig gemacht und tschüss oh fuck sense es ist ein Lumpen voll Schnee mit dem äh wo hat sense drauf geschrieben mit roten Textmarkern mit roten Textmarkern das ist nicht von Paris äh Rehamses was auch überhaupt so ägyptisch cool ok fuck das ist falsch das ist nicht der ich glaube nie das ist das richtig das ist nicht möglich das ist einfach nicht zu schwer ist einfach nicht zu schwer aber es ist eigentlich zu schwer ist ungefähr ich denke da ein Pupperschmecke Ach Schnecke Mit dem hätte ich nie angefangen Echt? Tja Dann hätten wir wohl nur eine Zeit gebraucht, ok was tust du jetzt? Das ist meine Schnecke Welcome to my crib Wunderschön Pimp my crib MTV Home Willkommen 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 Oh weil da keine Einführung von Sands und Papyrusree haben sie es wieder immer auf der Ägyptisch gekriegt Weil du das schon gemacht hast du mal Ach so wie eine Schnecke Wie eine Schnecke Jetzt kapier ich es Echt? Echt kapierst du jetzt? Ja jetzt Jetzt hab ich es kapiert Ja ich liebe Boden Ehh Oh der ist Rutschig Einfach ein bisschen schwer im Kopf Ne Es ist immer was anderes wenn du durchfährst Schon So wie ein Penis Na ab und zu ist der Haus Wohin muss ich rechts oder rechts? Ok dann gehen wir nochmal her Ehh 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 was geht? Ehh 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 Gift Rott Ehhh Ehh Er kontaktiert dich Ja Gift Hehhh Hehh Er lebt mein Gift ab Wach 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 GUSCHTAN TENACH GOOGLY EYES Ja, ein bisschen besser, cool finde ich das Ja, cool, nochmal das mal Du Stückscheisse Du fucking Elchkuh-Drecksau Oh, oh, oh It cannot end now, Siad Stei Determint Ja, Stei Determint Oh mein Gott, wo startest du jetzt? Oh, wahrscheinlich Genau hier, also eigentlich gar nicht so weit weg Ja, ganz gut Ja, da haben wir da Ja, ja, ja Ja, du kannst du noch mal erzählen zu mir, geh auch Ja, voll Okay, fahrfaktisch Ich geh nur mal raus und rein Beziehungs, erzähl mal wenigstens das andere, was auf deinem Kopf sein wird Außer es ist wieder das gleiche Oh, das ist ein Peders Ja, ich glaub nicht Na ja Irgendwie hab's einfach nur noch Ja, wir gehen nur mal nicht davon aus, dass es ein Peders ist Aber wenn es einer war, war schon lustig Irgendwo Das war so wie ein Knochenmitz von Sens Das war fast ein Peders Ja, das war fast ein Peders Also, sag mal, also Sens hat hier einen Scheißdrecklammert Hey, was geht? Und dann schauen wir mal da her zu Sens Hey Sens Sag einmal Äh Folgst du mir? Oh, der ist wieder Fuck Mittlerweile was, ich muss die undekorieren Ja Machst du bitte das einfacher und nicht den Scheiß anderes Ja, da hab ich nichts machen können Ja, da hab ich nichts machen Ja, da hab ich nichts machen Und Decorate Tees Der ganz rum Woo Woo Ich fühle mich stark Ich fühle mich stark Für Geld Hey Was bist du? Was bist du? Glühwürmchen Was bist du? Oh Äh Mutti Äh Toreal Es ist deine Tür Okay, aber die Tür kannst du nicht öffnen Die kannst du nie öffnen Die kannst du erst öffnen Es gibt so ein Minispiel am Ende Mit den Credits Wenn du das perfekt hast Kannst du die Tür aufmachen Erst dann Das ist auch ein Problem Ja Du kannst in einem Raum 5 Minuten herumlaufen Dann kommt das äh Geheimer Boss Aber das müssen wir uns nicht an da Nein Vor allem weil der ist ziemlich nicht Ne So einfach Und deswegen würde ich sagen Dann hören wir da auf Ja Gute Idee Also wir stoppen einfach hier Von diesem Kokoschrauben Und äh Pfirte Echtleitl Ja Schönen Abend Schönen Abend Schönen Abend Ja Pfirte Echt Ja Pfirte Echt Schönen Gruß Vom Sanz Ja Und da hab ich eigentlich Mein Bruder der Papyrus Rehrams ist Wo er immer sagt Pfirte Echt Tschau Schönen Tag mit Weißwächt